So, sie geht wieder los, die Saison der German Football League und da wird das Momsen-Stadion wieder zu ihrer Spielwiese. Zur Spielwiese der Berlin Rebels, Ziel der neuen Spielzeit. Das letzte Jahr abhaken, denn das war einfach zum Vergessen. Nun soll wieder alles besser werden, der Blick geht Richtung Playoffs. Zwölf Neuzugänge sollen bei dem großen Traum helfen, allen voran Darius Outlaw. Er kehrt diese Saison von den Adlern zurück und soll als erfahrener Quarterback vor allem die Jungen im Team unterstützen. Auf dem steinigen Weg in die Playoffs sind wir natürlich wieder bei allen Heimspielen hautnah dran und zeigen euch die spektakulärsten Szenen. Am Wochenende seht ihr bei uns gleich den ersten Kracher gegen den deutschen Meister von den New Yorker Lions. Also Helm auf und reingeklickt, die Rebels auf deinem Hauptstadt-Sender Hauptstadt-Sport.tv